Feather and Rose. Ein Sturm zieht auf. Darf ich vorstellen, Feather hasst dumme Sprüche. Damit hat sie leider mehr als genug zu tun. Dass sie aber deswegen, weil sie wütend ist, mitten in London einen Sturm entfacht, das ist auch für Feather total neu. Leider hat sie damit scheinbar, so glaubt sie zumindest, absolut einen Bogen überspannt, denn ihr Vater reagiert völlig unangemessen. Auch das empfindet Feather so. Denn sie packen alle ihre Sachen und verlassen die Wohnung mehr oder weniger fluchtartig, um einmal quer durchs halbe Land zu fahren, denn der Vater hat einen Job angenommen als Direktor an einer Akademie, wo sie jetzt auch lernen soll. Und Feather fühlt sich völlig entwurzelt und sagt, aber wir können doch nicht London alles einfach hier so hinter uns lassen. Aber diese Schule, auf die sie gehen soll, das ist nämlich die Wingdale Akademie, ist eine ganz besondere Schule. Sie beherbergt Kinder und Jugendliche, die alle in irgendeiner Art und Weise ein Element beherrschen. Und Direktor einer solchen Schule zu sein, ist für ihren Vater eine unglaubliche Ehre. Und Feather weiß aber gar nicht so richtig, was sie da soll, weil sie hat bis dato tatsächlich überhaupt gar nicht gewusst, dass sie ein Element beherrscht. Ihr war auch gar nicht klar, dass dieser Sturm von ihr herauf beschworen worden ist. Erst als sie auf der Wingdale Akademie ankommt und die anderen Kinder und Jugendlichen kennenlernt und vor allem Rose kennenlernt, versucht sie herauszufinden, was sie eigentlich kann, warum sie es kann und wo es herkommt, dass sie es kann. Das ist eine zauberhaft schöne Freundschaftsgeschichte, aber auch eine magische Geschichte. Lest es euch einfach durch. Es ist ein richtig, richtig schönes Buch. Viel Spaß damit!